Warte mal kurz mal, ich geh mal zur Tür. Ja, ich geh mal zur Tür. Ja. Sterber. Da kommt jemand. Ja, hallo. Hallo. Unser Auto ist leider liegen geblieben. Können Sie uns irgendwie ein bisschen gefällt? Ich hab dir auch mal ein bisschen Besuch mitgenommen. Hallo. Hi. Unser Auto ist liegen geblieben. Hallo. Habt ihr schon versucht, irgendetwas anzurufen? Pannenhilfe oder sowas? Ja, Akulär. So ist gerade ganz kurz. Ich hab mein Handy vergessen. Ihr Akku ist wieder. Ja. Unser Auto kommt wieder, oder? Ich hoffe doch. Ich hab jetzt noch den guten Orientierungslern. Also wenn es sonst gar nicht geht, können wir auch gleich gucken. Denn könnt ihr bestimmt auch übernachten. Hier sind genug Zimmer. Ja, aber wirklich nur im Notfall, oder? Ja. Ich hab schlechte Nachrichten für euch. ADAC angerufen und noch weitere Pannendienste. Komm nicht so weit raus. Michelin-Männchen ist schon am Schlafen. Und ich zahl jeden Monat zu viel Geld, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich... Ja, das war sehr weit weg hier. Wir kennen das. Das ist sehr weit weg. Ich glaubte das in den Kopf ab morgen. Also am Tag können die wahrscheinlich erst wieder kommen, ne? Ja, frühestens morgen um 9 Uhr. Ich weiß nicht, was ihr schon bequatscht habt. Vielleicht hat der Hausherr ja nichts dagegen. Es gibt ja oben noch Gästezimmer hier. Geht ja nicht anders. Ich kann euch ja mal die Zimmer zeigen, dann könnt ihr ja mal gucken. Und wenn das nicht passt, dann müssen wir weitersehen. Ja, wir haben eh keine andere Möglichkeit. Es ist auch zu kalt. Oh, echt? Oh, süß. Handtücher und so sind auch im Badezimmer. Ihr könnt da mal rüber gehen, sonst auch das Bad mal angucken und so. Ja, alles klar. Vielen Dank. Wenn wir noch was brauchen, dann schreien wir. Gut. Ja, dann sagt Bescheid, ne? Dennis macht es später. Bis später. Ciao. Gute Nacht. Zwei heiße Puppen waren. Mann, Mann, Mann. Wie ein Geschenk, ne? Als sie plötzlich reinkamen, ich dachte, du würdest uns hier verarschen. Schade, dass sie einen Freund haben, ne? Wo sind die denn gerade? Die sind jetzt im Schlafzimmer und gehen gleich noch duschen und so. Und wollen ja fänden, weil die kaputt sind. Das werde ich mir auch gerne angucken, wenn die sich duschen gehen. Scheiße, werden wir doch eine Kamera installieren sollen. Wie haben wir das Klacks ja mal besprochen hat, ne? Ja. Aber ein Freund ist ja ein Grund und kein Hindernis. Vielleicht geht ja doch was für dich. Meinst du? Ich weiß nicht. Die sah ein bisschen jung aus und auch schüchtern. Na, die eine hat ja schon zugezwingert, habe ich ganz genau gesehen. Ja? Ja, ja. Die war schon sehr schüchtern. Ja, von ihr. Eben haben wir auch gleich gesagt, dass sie einen Freund haben und sowas. Ja, aber stille Wasser sind tief. Ja. 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 Ja.